Warcraft 3 Warcraft 3 Warcraft 3 Warcraft 3 Warcraft 4 Warcraft 4 Warcraft 4 Warcraft 4 Da die Teammates ziemlich lange brauchen, bis sie bei den Freunden sind. Die Gegner sind ja hier, hier und hier. Naja. So, Friedhof auch fertig. Das heißt, ich kann gleich die erste Fiend holen. So, dann schicke ich den Ghoul auch da oben hin. Okay, da kann ich es gleich nicht bauen. Aber ich baue sowieso erstmal die erste Fiend. So, gleich kann ich auch meinen Hero beschweren. Endlich. Das hasse ich immer ein bisschen bei der Fiend Build Order. Dass der Hero sehr, sehr spät erst kommt. So, shop noch vorne vor. Den lege ich mal auf die neuen. So, und währenddessen ist der TC schon unterwegs. Baut er erstmal Grunt. Naja, der wird gleich umgehen auf Headhunter. Hat er zumindest gesagt. Somit hoffe ich auch, dass er das tun wird. Ich glaube, mein Shop wird nicht ganz rechtzeitig fertig. Das ist, weil ich gleich am Anfang drei Ghoul gebaut habe. Aber ich warte dennoch. So, dann kann ich glaube ich auch gleich an den Tech gehen. So, komm, gleich ist fertig. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ihr habt gerufen. So, und dann gehen wir auch erstmal den kleinen Creep Spot machen. Den grünen. Meine Geduld ist erschöpft. So, und jetzt kann ich, wie gesagt, schon direkt in den Tech gehen. Ring des Schutzes, okay. So, ihr wartet da kurz. Ich will mir nämlich den Opferschädel kaufen. Und dann direkt da drüben eine Echse aufbauen. So, komm. Ein paar Skelette mitnehmen. Und ihr kommt auch mit. So, und dann mal go. Oh, nicht zu viel Schaden mit dem DK nehmen. War eigentlich schon zu viel. Auffüllungstrank. Nice. So, der will nicht sterben. So, jetzt. Echse ist im Bau. Wunderbar. Ja, bin auch schon dabei, Zigaretz zu errichten. Aber erstmal das Water-Element. Das fällt direkt. Mehr haben wir leider nicht gekriegt. So, Ausbau abgeschlossen. Einen weiteren Akku. Und Web-Ausbauen, ganz wichtig. So, mein Team kommt wunderbar mit. Und ruft da. So, du sollst aber zur Echse. Genau wie ihr auch. Ei. Wow, da geht's ab. Ja, es gibt noch keine Heels-Groi. Alle Fiends verloren, glaube ich. Bis auf die eine hier. Tja, ist so ziemlich alles down gegangen. Oh, verloren ist das Ding noch lange nicht. Oh, jetzt muss aber schnell hier ein bisschen mehr Gold rüberkommen. So, erstmal schnell den Licht bauen. Ja, Blademaster hat drüben mal vorbeigeschaut. Ausbau abgeschlossen. Ich wünsche nur zu dienen. So, dann die Opfergrube. Damit ich gleich schön auf Frosties gehen kann. Und erstmal ein neues Town-Portal kaufen. Meine Armee ist im Moment nicht sonderlich groß. Aber ich sollte auf jeden Fall runter. Und weiter auf Tier 3. Ich bin nicht dunkel. Yei, yei. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Heya! Meine Geduld ist erschöpft. Endlich! So. Böser Hero-Fokus vom UD kommt immer gut. Die Stadt unserer Brüder wird angegriffen. Meine Geduld ist erschöpft. Mein Herr Suhl! Nicht genügend Mann. So, und da muss er sich zurückziehen. Meine Rache gehört euch. Hat ja noch geklappt. Für den Licht können. So, ich bau dennoch. Ein, 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 ein. Wo soll mein Blut vergossen werden? Schlachthaus. Einfach nur für ein paar Statuen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich bin nicht dunkel bei dir. Ich stehe es zu uns. Ihr habt gerufen. So, und jetzt sieht das Ganze gar nicht mehr so schlecht aus. Meine Rache gehört euch. Ihr habt gerufen? Ich wünsche nur zu dienen. Meine Geduld ist... Folgen wir dem Ork doch einfach mal. Länge braucht der Tech noch. Das ist noch ein Stück. Okay. So, Healing Scroll nach oben ziehen. Ja, und jetzt müssen wir wohl erst mal ein wenig warten. Ausbau abgeschlossen. Oh. Wartet auf mich, Jungs. So. Und jetzt die Knochenhöfe. Oh, 200. Kann ich erst mal nur einen bauen? Meine Geduld ist erschöpft. Halten oder sterben? Machen abgeschlossen. Ich bin die Dunkelheit. Meine Geduld ist erschöpft. Ihr habt gerufen? Ich bin aus der Vollzeit. Und Bestreitkräfte werden angegriffen. Ich bin die Dunkelheit. Der Meta stand ich aber auch blöd. So, die ist für den Licht. So, jetzt aber schnell hier noch einen zweiten Knochenruf. Ja, Meister. Meine Geduld ist erschöpft. Heya! Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ihr habt gerufen? War jetzt nicht so der tolle Fight. Obwohl, ich finde ihn nicht aber auch noch eine Healing Scroll. Und so brauchst du Guld. Du hast auch eine Echse. So, die zweite Statue of Mana. Und jetzt sieht das von der Armee her schon gar nicht so schlecht aus. Oh, ich hoffe, er macht noch was anderes als Headhunter. So ein paar Docks oder Shamies wären ganz nice. Ah, er macht Shamies. Die Dunkelheit. Okay. Mantel der Intelligenz gebe ich mal dem Licht. Jetzt kaufe ich mir auch noch eine Healing Scroll. Und Mana-Tank. So. Jetzt kann es von mir aus gleich mal losgehen. Meine Rache gehört euch. Die Stadt unserer Brüder wird angegriffen. Okay. Oh je je. Ganz auch auf den Dreharten. Oh, die ersten zwei Worms sind gleich da. So, und den will ich opfern. Einfach um ein bisschen mehr Map Control zu bekommen. Oh, und ich brauche mehr Ziggurats. Oh, und ich brauche mehr Ziggurats. Oh, wo soll mein Blut vergossen werden? Mein Schicksal ist besiegen. Oh, und ich brauche mehr Ziggurats. Das ist ein Meer greifend erfreulich. Ich bin die Dunkelheit. Auf in den Kopf. Jep. Da sollten wir schnell Tippen. Ich bin die Dunkelheit. Oh, gleich mal ein bisschen Hero-Focus reinhauen hier. Ey, Karamba. Genau. Voll drauf. Jo. Frostwärms mit Bloodlust. Einfach geil. So, und jetzt gehen wir mal rüber zu den Gegnern schauen. So, und nochmal verstärken. So, Tipeee gekauft. Meine Geduld ist erschöpft. So, na, vom Orangen Rock sind nicht mehr allzu viel übrig. Aber war ja immer noch seine Base. Wo wir angegriffen wurden. Oh, was haben wir denn da? Komm ich da dran? Komm ich da dran? Nee. So, ich denke, das Game sollte sich gleich erledigt haben. Ja, der erste ist schon raus. Ja, der erste ist schon raus. Ich bin gerade nochmal rausgekommen. Ich bin die Doku rein. Ich bin die Doku rein. Ich bin die Doku rein. Ihr habt gerufen. Leid im Licht. Möge die Schreckensherrschung beginnen. Meine Geduld ist erschöpft. Ich zerschmitte. Unsere Goldmine ist fast erschöpft. Wir nehmen mich, König. Ich bin der Süß. Ich bin die Doku rein. So. Hat da nochmal einer rein. Tipeert. Aue. So, der kriegt auch nochmal eine Coil. Und das war's. Oh, kommt zurück, mein armer Wurm. Armer Wurm. Armer Wurm. Ah, überlebt auch noch. Und Sieg. Und wenn euch das Spiel gefallen haben sollte, schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ram. So, halt. Los war's. Und du deine